Okay, folgendes Szenario. Du bist in einem 1v1 und dein Flash ist im Cooldown. Was tust du? Einfach drauf. Mein Glück ist die beste Verteidigung. Support, Carry, Mitte, Toplane oder Jungle? Welche Rolle spielst du bei ihr und warum? Support, weil es einfach mit der Rolle von meiner besten Freundin Swamp passt und will mit Swamp spielen. Yo, danke. GG Champs, jetzt seid ihr dran. Wenn ihr ähnlich krasse MOBA-Skills am Start habt und für euch Action, Strategie und Teamwork zusammengehören, dann ist für euch ein absolutes Karriere-Level-Up angesagt. Also bringt euch ins Spiel als Player im Einzelhandel und join the Rewe Clan.